Wichtig war, dass wir widerstandsfähig sind, dass wir dagegen halten, dass wir die Franzosen in Schach halten. Und damit kann man jetzt mal gut zufrieden sein, das ist schon mal ein gutes Fundament. Ich weiß schon, was ich will und was ich mache, das weiß ich schon, habe schon klare Vorstellungen. Und von daher war das jetzt ein Auftakt, das ist Nations League, das ist nicht das WM-Finale. Und daher habe ich jetzt nicht unbedingt den riesigen Druck empfunden.